Heute in der Früh habe ich mich so richtig gefreut. Ich habe mich wieder gefreut auf das Gefühl. Das ist wie verliebt sein. Und wenn man dann denjenigen trifft, das sind Schmetterlinge im Bauch. Ja, das ist für mich besonders. Vielleicht bin ich ein bisschen verliebt in meine Arbeit. Ich bin ein bisschen verliebt. Bei den Knoten habe ich ja, wie gesagt, selber gefunden. Ja, und dann ist es irgendwie gewesen, dass ich Mammografie mache. Und ja, es ist nichts. Es ist nichts Schlimmes. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, ist es aber doch. Ich fühle mich nicht gut. Und genauso war das bei der Strahlentherapie dann nur in umgekehrter Reihenfolge, würde ich sagen. Weil dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist aber nichts mehr. Und jetzt fühle ich mich gut und jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann muss ich jetzt ein bisschen selber oder selber eigene Entscheidungen antreffen. Gut, da schreiben tue ich noch nichts. Tschüss. 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 Tschüss.